Servus, heute auf den Hillen Billy Hügel, wir fahren quasi auf einer alten Farm, es gibt viele enge Kurven, Hindernisse, wie hier zum Beispiel dieses Wasser, was runter tropft, ein Maulwurf, der was rauswirft, oder hier ein Huhn, also einiges Lust hier auf der Strecke, und durchaus schon eine etwas anspruchsvollere Strecke als bisher. Eieieiei, verdammt, ich fahr wieder hoch wie der erste Mensch, ja. Ah, verdammt. Ah, hier strecken wir jetzt immer schwieriger. Und das verhundert mich mal wieder. Vom Reifen könnt ihr auch weggeschlagen werden, wenn ihr Pech habt. Sehr nett. Ah, der Maulwurf macht eigentlich auch was, auch wenn jetzt mal keiner reingefahren ist. Vein essa ein bisschen es hat sowas meistens. Oh, gleich. und da sind wir auch schon in der letzten runde von dem random und natürlich jetzt erwische ich diese scheiß Schildträde nein dann bitte